Ja hallo, servus und grüß euch, herzlich willkommen zurück. Elden Ring, wir sind noch immer auf Erkundungstour. Jo, in einer der letzten Folgen bin ich ja dagestanden und wollte unbedingt zu dem großen Turm rüber, den wir gesehen haben am Horizont und ich glaube jetzt haben wir es endlich geschafft. Der Weg war ein ganz anderer als ich dachte. Jedenfalls, das haben wir in der letzten Folge entdeckt und ich möchte jetzt mal die Folge da hochreiten und erstens zum Turm und zweitens mal schauen, was sich da noch so versteckt. Auf der Suche nach dem Sakura Baum ging ins Kirchen, damit wir halt stärker werden und vielleicht, keine Ahnung, in der Folge mal den Löwen nochmal probieren. Wenn ich noch zu schwach bin, dann, jo, weiter erkunden und weiter Scatman Tree Früchte suchen und so. Okay, neues Gelände, da war ich noch nie. Mal schauen. Gut, ich werde wieder nicht den Weg entlangreiten, sondern, wie ich es gerne mache, einfach an den Stadtgrenzen. Wobei, das hätte ich mal sparen können, weil von da kamen wir eigentlich, wenn, dann auf der anderen Seite. Gut, jo, ansonsten heute wieder trainingsfrei, ich muss das ausnutzen. Wow, 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 wow. Was war das? Na, so einer. Weiter. Ich kann ihn nicht. Okay. E. Ich bin mir im Moment leicht orientierungslos. Ich brauch noch ein bisschen, wie ich ankommen. Er schießt, er bringt, er nähert. Alter, er lebt noch immer. Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja, jo. So, reine Panikaktion, Batenlashing und so weiter. Fängt gut um. Naja, okay, wenigstens war das der letzte Gegner. Wir haben wieder eine Heilplasche dazugekommen. Ich schau dir jetzt nicht so aus, als ob ich noch viel versammelt auf der Seite. Wo sind wir da jetzt? Das müsste da sein. Ich hab's mal markiert. Ich hab irgendwie jetzt im Moment noch keine Lust, irgendwie unterirdisch unterwegs zu sein. Ich möchte mal oberirdisch so viel wie möglich entdecken und finden und sehen. Ich find die voll cool, diese Würmer. Mit den kleinen Händen. Aber ich hab keine Ahnung, was sie bedeuten, was sie darstellen sollen, wer sie sind. Das ist ein Bonfire. Was kommt von da? Egal, ich geh mal Bonfire an. Okay. Ich dachte schon, jetzt irgendwie mein Spiel ist... Ich kann ihn zumindest nicht anwesend. Ich repente. Komm nicht näher. Ja, also es ist jetzt offiziell alleine unsere Anwesenheit ist Grausamkeit genug. Please spare mich. Please spare mich. Ja, okay. Ich geh ja schon. So, was machen wir? Ja, ich würd mal sagen, hoch zum Turm. Da geht's lang. Ich, ja. Mal schauen, dass ich nicht zu viel abgelenkt werde. Wir gehen mal hoch zum Turm. Na, wenn die jetzt alle lebendig wären, ist das... Ja, okay. Ja, dann. Ja, dann. Ja, mal ran. Da unten geht es da. Gucken wir da oben hin. Höhle oder so. Nope. Schade. Ja. Und wie gesagt, ich habe sie schon öfters erwähnt. Ich hetze mich da jetzt nicht wirklich. Ich genieße es. Komplett. Neue Sachen zu entdecken. Hat er so Kraft denn die wir einsammeln können? Nein. Radarfrucht. Ich muss mich nicht durchheizen. Ich muss mich auch superschnell in Endboss sehen. Und auch versiegen und so weiter. Im Gegenteil. Ich finde eines der coolsten Dinge an Elden Ring war diese riesengroße Gegend der Kunden. Und ich meine das DLC ist... Ja. Richtig geil. Und da unten haben wir noch einen richtig großen fetten Brocken mit Landkartenstein. Den wir noch gar nicht freigeschalten haben. Beziehungsweise da die komplette Gegend waren wir auch noch nicht. Da drüben die komplette Gegend. Also es ist schon irre. Normalerweise DLCs für Games sind dann immer so ein, zwei Bosse mehr oder keine Ahnung. Neue Waffen. Warum leuchtet das so? Neue Waffen. Und das war's dann. Aber FromSoft lässt sich nicht und lumpen und lumpen uns nicht. Muss man ganz ehrlich sagen. Richtig geil. Will ich da rein? Ach was kann schon schief gehen. Ach was kann schon schief gehen. Das ist was. Die normale. Genau. Für die Wiedergeburten. Okay. Ja ich finde irgendwie. Ich muss, ich muss erst ins Termine. Oh. Das ist immer so klar. Ja ich meine. Man findet extrem viel Crafting Material. Ähm. Aber so wirklich. Ganz am Anfang. Aber. Gezogen wir den Händler haben. Der die coolen Schlammengiftpfeile verkauft. Äh. Ja. Ich weiß wer sich erinnern kann. Im Hauptspiel. Die vielen Vögel. Und. Was war das? Diese kleinen. Erdmännchen. Die dran glauben mussten. Für Pfeile. Ja. War halt schon sehr intensiv. Okay. Der große Turm. Säule der Unterdrückung. Auf. Unter. Zumindest die Aussicht wird sicher geilert. Löst. Bis auf eine Ruhe. Okay. Uralter Drachenschmiedestein. Ja okay. Das ist nett. Falls wir eine plus 10 Waffe erhöhen wollen. Aber ich habe jetzt noch keine neue gefunden. Und mir gefällt das eigentlich ganz gut. Ja klar. Endlich sind wir im Ausbau. Im Aussichtsturm. Und dann ist es super bewölkt. Und nebrig. Und. Eigentlich richtig kacke. Ja. Da steht uns noch einiges bevor. Aber. Ich finde es so geil. Keine Ahnung wo man dort auch hoch kann. Ich meine schönes Wetter wäre halt. Was haben wir da? Die absolute Mitte des Zwischenlands. Hier stranden alle Arten von Tod um verdrängt zu werden. Ja. Da unten waren wir auf alle Fälle schon. Ja stimmt. Und ich bin ja. Gleich in der ersten Folge. Oder was war es die zweite Folge. Da hinten wo jetzt mein Kopf ist. War ein Bonfire. Und da rechts geht es ja auch um. Da sollte man es auch noch ansehen. Wie gesagt. Ich möchte mal so viel wie möglich von der Oberfläche erkunden entdecken. Und. Und. Ja. Hoffentlich so viel wie möglich. Scooter Baum. Trees. Mitnehmen. Damit. Wir halt nicht ganz so. Verprügelt werden. Die ganze Zeit. So. Was ich unbedingt checken möchte ist. Ob sich unter der Plattform was verbirgt. Wäre nicht das erste Mal. Vielleicht ist die Säule Hool. Ich weiß es nicht. Wie cool wäre es schon. Nein. Weiß ich nicht. Auch kein Geheimer Eingang und so. Wobei. Schade. Das wäre echt mal was Neues. Okay. Dann hätten wir das auch abgecheckt. Eigentlich kann man. Moment. Ja. Ich weiß es nicht. Aber da drüben jetzt komplett. Die sind relativ selter hochgelaufen. Oh. Oh. So. 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 Ja. So. 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 Ja, wenn ich ihn sehen würde, keine Sache leistet. Ja, sorry für die doch schiebige Behandlung, aber ich bin schon. Vielleicht auch nicht ganz, ich reite immer durch die ganzen Vogelherren durch und so. Vielleicht können wir ja da auf die Seite, ohne dass wir gleich wieder die komplette Vogelwelt triggern. Aber ich glaube da ist jetzt alles gut. Nope. Ja, einer sieht uns immer. Wow. Was ist das? Cool. So, ich kann jetzt die Karte wieder nicht aufmachen, nein und so. Ja, was ist das? Gehen wir halt auf die Vogel. Ach so, ich kann die nicht auswählen, solange sie nicht leben. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Kann man das lösen? Ja, dass wir das triggern? Aha. Ja. 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 Da, wo die Arme helfen. Gut, dann bleibt noch der Weg. Bzw. ja, da hinten lang die ganze Zeit. Ich, pff. I don't know. Ich setze mir mal da was, damit ich nicht vergesse. Ich möchte bevor wir dort weiter gehen, das zumindest lang sehen. Wie komme ich ihn da jetzt runter, ohne dass wir jetzt den nächsten Vogel triggern? Wo war denn? Wo war denn der Goldbeier oder der Karte? Ja, lass den. Ja, lass den. So. Er leidet noch vor sich hin. Guten Tag. Wie geht's? Bale! 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 Oh, Terror incarnate! Es gibt noch mehr Leben in mir. Ich werde bald auf deinem Herz betrachten. Merge meine Worte. Ihr auch wird keine Angst haben. Werte! Bissier Drama-queen ist er schon. Oah... 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 Aber immerhin, der Schmerz ist köstlich also. Ich bin immerhin ganz sicher, ob er wirklich so sehr leidet oder ob er sich genießt. So, folgen sie mich dem Straßenfall daheim. Ja, ok, da sind die Ruinen-Tanks-Kirchen. Ich würde gerne wissen, ob ich das nicht machen kann. Nein, kann man nicht! Ah, ok, da kommen wir runter auf die Ebene. Und... Alles klar. Gebetet der Nächste von Kogeln. Wo ist er denn jetzt? Reiter. Da ist echtes Timing wichtig. Der erste Start muss sitzen, damit wir gar nicht zum Kling anfangen. Weil in dem Moment bloß zum Kling anfangen... Äh... ...ist man mehr oder weniger verloren. Ich hole jetzt wieder unten mit wo ich reite... ...mal wieder die komplette... ...hier... Oh no... ...invadia... ...invadding... Invasion durch uralten Drachen, da hinten. Ja, Alter, ich bleibe. Der soll herkommen, wenn er uns invadet. Alter, weich nicht raus, die kosten verdammt viel Geld, die Pfeile. Der kann, was ich kann, nur wahrscheinlich für Kula. Der ist, der ist strange. Aber, ja. Juhu. Ja, schon langsam machen sich meine Level bemerkbar, die man doch, glaube ich, schon 5 Scooter-Tree-Bomb-Level-Dings haben. Und dann kann ich jetzt weiter reinfahren. Stört mich aber ehrlich gesagt nicht, weil die Bosse selber haben es eh auch in sich. Also, ich finde das Balancing eigentlich ganz okay. Und, ja. Ich muss auch niemandem was beweisen, indem ich, keine Ahnung, so Level 0, nur mit Fäusten und ohne Socken, die Gegner besiege. Dazu habe ich auch zu wenig Zeit. Ich mag das Game so, wie es ist. Und, ja. Es ist einfach nur geil optisch. Und ich glaube, ich habe es in der letzten Folge erwähnt. Ich meine, ich spiele auf einem absoluten Kartoffel-PC. Ich habe es in der letzten Folge auf dem Jahr 2015 mit einer GTX-970. Und es läuft trotzdem... Warum ist da hinten der jetzt genau gestorben? Es läuft trotzdem verdammt flüssig. Ich meine, ja, sicher. Es ist nicht voll super HD-Retracing-Hustle nicht gesehen. Aber ich persönlich, ich finde, es sieht verdammt gut aus. Und, naja, wie gesagt, also... Es läuft einfach. War das der Turm? Ja, das war der Turm, wo ich hängernblieben bin. Was mich interessieren wird, ob sich da oben wirklich was versteckt. Moment einmal. Was haben wir denn da? Grabvogel Armreitscher. Sind uralte Golems und wurden zum Schutz der Geistergräber erschaffen, die überall dort gebaut wurden, wo der Tod im Blur... Ja. Ja, das ist halt schade. Das ganze Giftzeug können wir nicht verwenden. Flinker Speer. Verwende ich zwar auch nicht, aber... Wir können uns ja mal anziehen. Ein Talent, das entwickelt wurde, um Schilde mit durchbohrreiten Waffen zu überwinden. Tief... Ja, die hätte mich interessiert. Stimmt, habe ich vergessen zum Nachsehen damals. Eine Wasserlilie... Lülüe. Eine Wasserlilie in tiefem Purpur, die kurz davor steht zu verwelden. Material zur Herstellung von Objekten. Wirkst bla... Okay, Schlafmittel. Aber... Kürzlich verwendete Objekte. Ich glaube nämlich, ich habe sowas... Ich weiß nicht... Jetzt habe ich mir gegönnt. Shit. Verwenden tue ich halt nie. Moment. Da kriege ich das hin. Kann man da zoomern auch? Ich weiß es nicht. Gibt es da eine Erklärung? Lass euch Dinge besser sehen. Keine Ahnung. Einmal probiere ich sie jetzt noch. Ich dachte, man kann mit dem Fernrohr zoomern. Sonst macht es ja keinen Sinn. Ich meine, wäre nicht das erste Zeug, das ich mir gekauft habe, das komplett sinnvoll ist. Was? Im Game und auch im Re-Live. Okay. Die Tasten runter attackiert sich. Bewegen kann ich mich nicht. Ich glaube aber, da versteckt sich nichts mehr. Egal. Genug gesehen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist aber auch nicht möglich. Je nachdem, wie wir... Wow. Ich habe mich nicht mehr so gut. Ich habe mich nicht mehr so gut. Da ist was, da ist was, da ist was. Uh. Ich gehe mit meiner Laterne in die Drachengrube. Gnade entdeckt. Gnade entdeckt. So. Gleich mal markieren. Wie gesagt, zuerst möchte ich mal alles oben erkunden. Und dann einzelne Dungeons angehen. Das heißt aber, wir sind jetzt da komplett fertig. Ich schaue mal, ob wir jetzt den kompletten Weg oder die Tore laufen müssen. Ich glaube fast nicht. Da die Schlucht noch ansehen. Und dann hoffe ich, können wir da den Weg einfach da entlang gehen. Das klingt nach einem Plan. Wer nicht der erste, der nicht funktioniert, aber es ist immer gut, einen Plan zu haben. So wie der zum Beispiel. Moment. Da haben wir noch mal. Oh. Ich setze mal ein Zeichen. Das müsste man eigentlich von unten vom Startgebiet erreichen können. Oder war man da schon? Es funkelt zumindest nichts. Hä? Oh, das ist das Startgebiet. Das können wir entfernen. Also wenn, dann bin ich sicher schon vorbeigelaufen. Ich weiß es halt nicht. Okay, aber wir müssen da... Ich check's halt nicht. Die Drachengrube ist da. Okay, da ist der Eingang, aber es ist nicht da oben. Da hast du gerne. Ja, okay. Da muss man einmal da rum. Hier schön brav da hinten auf uns wartet. Nur damit er uns dann was auch immer anbreiten kriegt. Sonst das kann. Ich bin ja nur auf der Durchreise. Ich tue niemandem alles. Wo können wir da noch hoch? Ich hoffe es. Sonst müssen wir durch diese Bogenallee wieder durch. Die sind ja jetzt alles wieder ins Bogen. So wie der Kollege, der da einfach auf uns wartet. Ich hoffe, dass die hier... Oh. Das Interesse an uns verlieren. So, das ist jetzt diese Ohrgeschlüssel. Nein, nein. Kann ich gerade wieder nicht da rum nehmen. Wir triggern jetzt einfach mal alles, was da noch kommt. Nein, die sind noch hinten und hier. Boah, die Gegend habe ich auch noch keine Ahnung, wo wir hinkommen. Aber vielleicht die jetzt da. Ja, wo wir. Oder auch gut. Vielleicht gibt es da auch wieder so. Schaut zwar nicht so aus. Aber einfach nur, dass wir was ankommen, wir waren da. Genau. Können wir da schon runter? Ja, weil ich nicht. Das ist jetzt eigentlich ein Drache oder so, was da liegt. Das kostet mich immer extrem viel Nerven. Wenn ich an der Karte irgendwie eine Drehung vollziehe. Und ja, da sehe ich dann immer irgendwie den Abschluss vor Augen. Wo bin ich denn eigentlich nicht dort, wo ich hin wollte? Komm. Hä? Ich bin heute hier. Komplett daneben. Da wollte ich her. So, hinterm Turm war das. Es hält sich, dass es so tief ist, dass wir hier alle. Es ist extrem tief. Ja, okay. Aber war da nicht. Ja. Ok, ich behaupte mal, wir haben den Teil komplett erledigt. Das ist halt nur blöd, weil die Karte da aufhört, aber genau genommen ist das so ein Halbplateau und wir kommen da gar nicht hin. Dann würde ich sagen, ich sage mal, das ist alles erledigt, abgecheckt. Viel gab es nicht, bis auf die Drachengrube. Klippenstraße, Endstation. Dann schauen wir uns nächste Folge, oder vielleicht noch die Folge, ich weiß es nicht, oder vielleicht Karte ist zusammen, das da oben an, da ist definitiv noch richtig was am Start. Was auch immer das da sein soll. Und dann können wir das auch abhaken. Ich flasche mich hier hin, setze den Cut und vielleicht in der Folge oder dann in der nächsten Folge geht es weiter. Das war's. Das war's.